Was in der Tasche ist, sagte er und öffnete die Tasche. Hey, vielleicht ist das ein Dach. Oder eine Zahnbürste. Nö, wie langweilig. Nicht mal was zu essen? Den will ich jetzt umziehen? Und gerade dann, wenn Frank vorbeikommt. Rorschach Skull. Tarot Tower. Raven Hare. Ich fange mal hier an. Ich hoffe, ich kann mich weiterhin umziehen. Sehr gut. Schon mal an die richtige Position begeben. Gegen alle Stalker auf dem Dach. Wenn wir nicht reinschauen können, während sie sich umzieht. Na ja, ist jetzt nicht wirklich das, was ich wollte. Ich habe ein paar der Outfits gesehen, die man kriegt, wenn man die Deluxe Edition gekauft hätte. Das sind wahrscheinlich wieder hier rechts dabei. Na ja, egal. Hier kriegt sie wahrscheinlich nur andere T-Shirt-Designs. No. 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 It looks terrible. Weapon not a Tarot Tower. What the hell? Was hast du uns da gebracht? Nein. Ich nehme das erste, das erste so am besten aus. Ich mag sie alle nicht. Okay. Besser was Simples als was Hässliches. Meine Meinung. Oh, Frank. Hey, er kündigt sich an. Das ist nett. Hat er schon die ganze Zeit zugeschaut? Ich will, der hat schon die ganze Zeit zugeschaut. Der Arsch. Graffiti. Ah ja, da habe ich keine Auswahl gehabt. Das steht nämlich in der Zukunft bestimmt auch hier. Okay. Haben wir hier drin alles gemacht, was man hier drin machen kann? Ich glaube schon. Dann gehen wir raus und treffen uns mit Franky Boy. Das ist die Frau, die wir sahen mit Rachel's Vater gesehen haben. Was ist das? Oh, weird. Yo, Frank. Es ist Chloe. Ich weiß nicht die secretive Password, Mann. Ist die Password... Drogen? Pryce, holen Sie hier rein. Dude, es schmeckt wie Piss in hier shut up do you have a rough night or something? Every night's a rough night. I've got a notebook in the back somewhere. Go get it for me, would you? Yeah, I have a few questions. Who was the Womba? This is a mess. Dude, I heard you get expelled. Bad news. You mean good news? I'm stoked. Word, I'm home too. I finally got busted yesterday for smelling like weed. Your mom's making me go to her book group. Oh man. Now I'm fetching things for Frank. How low can I go? So Frank's a fellow survivor of black hell. Who knew? A betting slip. Twelve hundred dollars? Way out of my league. But it seems to have lost, right? I think that's right. Steak 1200, lost 1200. Undamon Marek. Your guide to understanding search warrants and how to protect your assets. Aha. Sorry Frank. I didn't know it was your RV when I wrote that. What? Hello, you're definitely not a metal app, but I'm definitely not interested. 555-5886. Ah, there was actually one of those thinking. There was crystal meth. Sorry Frank. Wait, Frank got a puppy. You're welcome. Oh no, there's an hund. Puppies have accidents when they are scared. You have to stop scolding your puppy. Hurry her. Thanks, but I don't scold him. Then why is she having accidents? Raising a puppy requires patience. You cannot control yourself. Please look deeply and honestly at whether you are really able to have a dog. What's your fucking problem, lady? I said I don't scold him. Wow, there's no need to swear. I think it's pretty clear now that you do scold her. And worse. I've seen some bad plans in that. Oh man. Rachel the therapist would have a field day with this. What? This is a search history. Dream about clouds meaning. What age will a dog eat steak? Piss at music. Hey, this is from Skid. Skid. Mila Kunis Single. CloudFormation Screensaver. Property Insurance Fire Elite. Calia Bay Forest Watch. Megan Fox Single. How large was biggest cloud in history? Why won't puppy eat steak? Yeah, I'm sure he used all the important things he used to use. Shit. The mill burned down. Frank, I went back to the mill. Shouldn't have. I'm fucking furious. Everything's burned. Total massacre. Can't stop thinking about it. The dogs didn't make it. That's 10k gone just like that. Plus the stat fees we had coming. RF and the whole crew are gonna be pissed. How am I supposed to come back from this with my fucking reputation intact? I can't think straight on this shit right now. Just want to find who started the fire and burn his fucking face. Sagt. Ballcrusher 348 at Asanon Allium. Okay. Wer auch immer das ist, wir sollten ihm besser aus dem Weg gehen. Geez. That's an expensive dog. Frank, you like the dog? I thought you would. That dog is special, man. Kali's buyer wanted him and I said fuck off. Keep your 3k. I'm saving him for my buddy Frank. I mean it. Everything you've done for me adds up way more than the 3k. Don't thank me. This is from me to you. Just let me treat him later. Damon. Ballcrusher 348 is also Damon Merrick. Okay. Gut zu wissen. Merkt man uns mal besser. What does Frank really need to remember? What? Beer, toilet paper, milk? Home oder work? Work. Got it. Wie lange muss ich schreiben, um Work zu schreiben? Ah. Okay. Chloes Drugs. Ach. Chloes. Ich würde es ja gerne öffnen. Boon? Wonder what Frank eats when he gets the munchies. Boon? Boon. That's an insane amount of beans. What the fuck is your problem? Beans are delicious. I'm telling you. Delicious. Okay. Was is das? Was hat diese Frau hier drinnen gemacht? Frank must be spending hundreds of dollars on this dog. So gehört sich das auch. Ist ja ein guter Hund. fertig. Syri... 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 Ich kann die Box nicht auswählen. Ich versuche, okay? Ich will... Ja, danke. Ja, ich würde. Es ist besonders wenn die Frau da ist. Ja... Und? Awww... Pompidou! You little killer! Elliot schreibt... Komm auf zu schreiben, ich will das Le... gerne lesen! Leute, ich kann das nicht... Ach... Okay, ich warte, ich warte. Jetzt ist er, glaube ich, fertig. Ich kann nicht glauben, dass du dich auswählen hast. Wenn du jemanden mit zu sprechen brauchst, dann wissen wir. Oder du möchtest, deinen dunklen Geheimdiener zu erzählen? Ich bin wirklich okay mit dem, Mann! Haha! Seriously, ich bin hier für dich! Cool, danke! Ach, Elliot, du versuchst es so sehr. Aber nein, wir haben kein Interesse an dir! Null! Hm! A swingy, flippy instrument of death. Wow! That pillow is... Definitely dead. I guess Frank finally gave up on the stake. I guess Frank subscribes to the hiding in plain sight philosophy of drugstashing. Sollte ich das mitnehmen? Ich glaube, es macht nur Ärger. Es macht doch nur Ärger. Und ich möchte jetzt nicht wirklich Rachels im Drogenkonsum führen, also... Nee, lass mal's da. Das ist bestimmt in der Minderheit. Is this what I think it is? Ah, shit. Chloe, 175 Dollar, Stella, 100, Drew, 1050, Jackson, 87. Armand, Hannah, Alice, Jackson und Stella haben bezahlt. Wir haben dann... Müssen wir das jetzt abarbeiten. Hey, das Auto war eben schon vor uns. Ich erinnere mich genauer. Moment. Einmal umdrehen. Einmal zurückgehen. Nein, das Auto ist immer noch unter der Distanz. Okay, na gut. Es ist wirklich so, als wäre es wieder nah an uns gespawnt. Ah, guck mal, es bleibt ab. Damit es nicht zu weit wegfährt. Alles klar. Nee, vielleicht beobachtet uns das. Haben Sie das Buch noch gefunden? Ist das es? Bring es hier, wenn Sie es tun. Hab einen Sitz. Pompidou, hm? Das ist ein... ...basses Name für ein Hund. Es ist frisch. Das heißt, wie ein Hund, oder was? Ich sehe, wie ich spreche frischischisch? Okay. Also, wer war die Frau? Was Frau? Die Frau, die ich gesehen, aus deinem Auto. Nee, das möchten wir jetzt aber schon gerne wissen. Money, credit. Du denkst, dass ich nicht weiß, dass Dinge von anderen Menschen schütteln? Ich bin ein Teenager. Tracer, ich muss meine Kunden schützen. Happy Kunden sind die Grundlage für ein gutes Geschäft. Dreamcloud, was? Hey, also... Ich hatte diesen Traum die letzte Nacht, über eine Cloud, die die Arcadia Bay entzündet hat. Du auch? Um... 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 Frank... Das ist die Arcadia Bay. Gossip ist alles, was wir haben, um uns zu schützen, von uns zu schützen. Ich weiß nicht. Frank... Ich weiß nicht. Und... Ich versuche meine Mutter, um dir etwas Besonderes zu machen. Wie was? Uh... Wie ist das... Das Chilli von ihr Feuerhaus? Du hast es. Das Mädchen, die du gesehen hast. Sie ist Sarah. Sie ist ein paar Wochenende, vor dem Zeitpunkt. Sie hat sich alle Probleme für alle Menschen aus. Wie? Es ist ein bisschen aus Ihrer Liga, okay? Aber wie genau die Probleme ist, okay? Ich verletze, Chloe. Sie sollte nicht öffnen meine Augen. Jens. Sarah. Okay. Danke für... ... mich zu erzählen. Was? Du hörst die Milbeeren? Ja. Ich... ... habe... ... gehört ein paar Sachen über ihn. Es ist verrückt. Mein Freund Damon läuft der Ort. Er hat viel Geld in der Nacht verloren. Uh-oh. Geld von was? Er hat immer ein paar Dinge passiert. Ich helfe ihn mit ein paar Sachen. Keine Ahnung. Keine Ahnung, Frank. Er hat noch ein paar Sachen gemacht, die ich nicht mag. Aber ich glaube, ich habe nicht viel Geld mit ihm, wie ich damals hatte. Insofern. Du und ich haben nichts zu diskutieren. Ist das über die 1.75 Dollar? Was? Das... Geld... ... die ich dir? Oh, ja. Ja, nein. Ich habe keine Ahnung über das. Wait. Hast du es? Um... das Gefühl? Of course? Oh, ja. Ich sehe mich nicht. Ich bin ein paar Sachen. Ich bin recht dasselte. Weil ich gerade alles habe. Du bist ein blibes Nest. Ich habe jetzt größere Probleme. Ich eröffne meinen Online-Brenn. Ich habe die letzte Version. Ärger. Es sollte ein paar Entrples für ein Mann name Drew. Du wissen? Ja, ich erinnere mich. Ja, er ist... Holy shit! That's a lot of money. Drew runs oxy for Damon. Apparently football players eat it like candy. That's smart, I guess. It pays well? Go Bigfoots. Problem is, Drew owes a grand. And he's not answering my calls. You know what's going on with them? He's a douchebag. He's an unreliable douchebag. No, this is the first time he's done this. Kid's actually smart. Anyway, here's the job. I'm taking you to Blackwell. Go to Drew's room, find the money, and I'll meet you to pick it up. Yeah, because he's just 1050 dollars in his room. Yeah, of course. But... What's in it for me? Idiot, you still owe me. So... If I do this... Then we're good? That, and I'll do even better. I'll give you a 10% cut of the money. Hmm, that sounds really good. Okay. Yeah, sure. I'll do it. Welcome to the dark side, Chloe. Welcome to the dark side. It might be a little tough. I'm not supposed to be at Blackwell. I got expelled this morning. Congratulations. Still easier for you to go on campus than for me. Yes. If you can't even do this price. A hundred dollars closer to leaving Arcadia Bay. With a bit of cash. And the truck fixed. Rachel and I could really do it. We could leave for good. I'll do it. Good deal. Breaking Bad. Das Nummernschild ist Breaking Bad. Also B-A-K-B-D. Ganz offensichtlich Breaking Bad. Didn't think I'd be back this soon. Well, here goes nothing. Thanks for having me. Thanks, Daniel vorading. Vielen Dank.